So, guten Abend meine Damen und Herren, wir gehen heute mal aus und nehmen euch mit und nachdem wir ja neulich mal Sushi essen waren, das Video verlinke ich euch mal oben in der Ecke, gönnen wir uns heute eine andere Spezialität Japans und zwar gehen wir Kugelfisch essen. So, wir sind jetzt in einem Restaurant in Asakusa und ja, jetzt werden wir mal schauen, was wir denn so hier finden. Eine kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was Fugu ist. Fugu ist eine japanische Spezialität und besteht aus dem Muskelfleisch des Kugelfisches. Dazu muss man sagen, dass der Kugelfisch an sich sehr giftig ist und Teile wie zum Beispiel Leber, Rogen oder Darm müssen vorsichtig entfernt werden, teilweise auch die Haut, weil das Gift des Fisches zu stark ist, dass es typisch sein kann. So, hier habe ich mal einen heißen Sake bestellt, der wird zum Kugelfisch dazu empfohlen. Noch muss ich eine Minute warten, aber ich werde euch gleich erzählen, wie der schmeckt. Sushi hat sich einen Omeshu bestellt, das ist ein traditioneller japanischer Pflaumenwein und auch der ist sehr lecker. So, wir haben auch schon das erste Essen bekommen, das hier ist Haut, das sollen wir dann gleich vermischen und mit dieser Soße essen. Dann haben wir auch hier noch ein kleines Bällchen bekommen, das teilen wir uns gleich und bitten wir es in diese Soße ein. Und hier haben wir Kugelfisch Sashini, der wird traditionell mit der Lumette gegessen und dann später in Sojasauce getackt. So, wir haben auch ein kleines Bällchen noch zu sehen. Hier haben wir Muskelfleisch vom Kugelfisch bekommen und das soll hier in diesem Pott gekocht werden, sieben bis acht Minuten. Und hier jetzt ein Originalstück vom Frühjahr, das Muskelfleischkugelfisch. Sehr weich, der Geschmack ist sehr mild, man merkt schon, dass es ein besseres Stück Fisch ist, total grätenfrei, kann man nur empfehlen. So, ich versuche jetzt das Sashimi, mir wurde gesagt, dass die Limette darüber geträufelt werden soll. Relativ geschmacksneutral, durch die Limette doch noch ein bisschen fruchtig. Du hast ja auch die Soße verpasst. So, und jetzt nochmal mit Soße. Mh, sehr lecker. Man schmeckt die Note an Limette raus. Und die ganze Soße macht das so noch etwas würzig. Sehr lecker. Nach dem Fisch wird uns noch ein Gericht aus Reis und Ei und der Gemüsebrühe zubereitet. Und wir sind gespannt. Es war natürlich keine Gemüsebrühe, sondern Fischbrühe. Wie gesagt, Ei und Reis, und das werden wir jetzt mal versuchen. Ah, man schmeckt die Eilote raus. Das ist schön saftig, aber wir sollten da noch etwas Salz und Sojasauce herabtun. Nur ein ganz klein bisschen. Mehr passt auf den Blöcken auch nicht drauf. Ja, sehr interessant, sehr lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen hoch, liked es, teilt es. Und ja, uns findet ihr auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Wir gehen jetzt nach Hause. Und bis zum nächsten Video heißt es dann... Ciao, 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 ciao!